Jo Leute, was geht ab und willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal Matendo. Wir sind zurück bei Super Mario 64 und yes man, die CPU ist richtig nice, das finde ich auf jeden Fall gut. Auf jeden Fall wollen wir heute die Mission nochmal machen mit dem Schneemann. Grüße gehen by the way raus an den Kommentarschreiber. Ich weiß gerade nicht mal ganz genau wie du heißt, sorry, aber ich blende den Kommentar auf jeden Fall ein. Er hat mir nämlich erzählt, wo, mit was ich diesen Schneeball formen muss. Grüße gehen raus. Sorry, dass ich den Namen jetzt nicht weiß. Auf jeden Fall muss ich mit diesem einzelnen Schneeball dort reden, genau. Hier auf diesem Podest. Genau. Er fühlt sich kopflos, kenne ich irgendwo her. Oh fuck. Oh fuck. Bitte, 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 bitte. Ich muss den aufhalten. Bitte, 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 bitte. Roll nicht weg, roll nicht weg. Hoffentlich kommt er jetzt bei mir an. Ja, da kommt er. Wunderbar. Nein, was? Ich muss den aufhalten. So. Jetzt muss ich den. Kann ich den dann irgendwie aufhalten? Ich will den dann irgendwie aufhalten. Den Schlawiner. Mann, Junge. Kriegst du nichts geschissen, Mario? Oh ey. Ja, der kriegt nichts geschissen. Nice, Digga. Ich bekomme es jetzt nicht geschissen, diesen Schneemann da runter zu kriegen. Äh, den Schneeball, meine ich. Ja, also, also diese Münzen habe ich noch nie öfters eingesammelt. Ich glaube, ich muss vor ihm da sein. Ich glaube, es geht hier auf Schnelligkeit, weil ich glaube, ich muss diesem, äh, diesem Schneemann hier noch, äh, diesem Schneeball hier noch Bescheid geben. Komm, mach, 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 mach. Mach! Red doch! Red doch! Ah, ja, okay. Alles klar. Gut, hat sich geklärt. Stern Nummer 29. Also, wir kommen näher an die 70. Wir kommen näher an die 70. Dann würde ich sagen, dass wir, wenn ich jetzt wieder in die Unterwasserwelt gehe, da bekomme ich gleich wieder, äh, Aggression, sein Urgroßvater. Wer in die letzten Parts zurückdenkt und, also, oder allgemein zurückdenken kann, weiß, dass ich nicht unbedingt, äh, meine Parts, also, weiß, dass ich meine Parts nicht sonderlich gut beendet habe, na, ähm, nach dieser, äh, nach dieser Welt, ähm, einmal ist mein Spiel abgeschmiert und dann das andere Mal habe ich einfach, habe ich das zweimal versucht und einfach immer Stromschläge bekommen, egal, was ich gemacht habe. Deshalb, äh, habe ich da, um ehrlich zu sein, absolut keinen Plan. Äh, aber wir gehen die ganze Scheiße mal an. Okay, auf geht's in das Schiffswrack. Mal gucken, ob ich wieder Stromschläge bekomme. Na, äh, oi die. Vielleicht bringt es was, wenn ich erst die hier aufmache. Also, die tun. Vielleicht bringt das was. Na, oi die. Ja, mach doch auf. Mach doch auf. Okay, nein, es bringt nichts. Es bringt nichts. Es bringt nichts. Aber, what the fuck, Junge. Hier oben ist auch nichts. Oder Moment, ich muss doch hier hoch, ne? War das nicht so, dass ich hier hoch muss? Nein, muss ich nicht. Bruh. Ich habe absolut keine Ahnung. Weil bei jeder verfickten Truhe bekomme ich wieder einen Stromschock. Wie ich es gesagt habe. Ah. Ah, jetzt geht's. Okay. Bitte. Yes, okay. Jetzt muss ich dann bloß noch irgendwie den fucking Stern bekommen. Yes. Bitte fließt schneller ab. Alter. Ich komme mit diesem Geruckel überhaupt nicht klar, Alter. Alter. Alter, kann das mal auf uns so zuruckeln? Das geht mir ganz schön auf den Piss. Bitte. Hört mal auf zuruckeln. Hört mal auf zuruckeln. Alter. Mein Gott. Junge. Ich sehe, die Musik kann noch ein bisschen lauter gemacht werden. Ja, besser. Ne, immer noch nicht. Was ist denn das für ein Scheiß? Ach, egal, Junge. Ist mir jetzt scheißegal. Ich lasse es jetzt so. Ah, ja. Jetzt kommt die Scheiße. Aber da kann ich mir jetzt ein bisschen Zeit lassen. Ich muss mir bloß bloß die einzelnen Stufen suchen, die, sagen wir mal, am sinnvollsten sind. für mich persönlich. Bitte. Bitte. Bitte, geh da noch drauf. Bitte, los. Oh, kriegsgeschissen. Danke. So, warte. Und jetzt hier. Aber ich glaube, hier war doch nur... Ah, okay. Gut, dann haben wir Stern Nummer 30. Ah, stimmt, da war ja was. Ab 30 Stern kann ich ja jetzt, äh, eine neue Tür öffnen. Stimmt. Ich glaube, das war, äh, die hier oben, ne? Oder war die ab 40? Ach, fuck. I don't know. Aber ich weiß, welche Tür auf jeden Fall aufgeht. Und zwar die hier hinten. Ja. Die mystische Kraft der Sterne öffnet die Tür. Na, lass mal reingehen. What the fuck? Och nein, bitte nicht. Was ist das denn jetzt? Wilde Wasserwerft. Entferne, entferne Baus aus U-Boot. What the fuck, Alter? Ich fliege erst mal 30 Meter tief, gefühlt. Oh nein. Ach, du scheiße. What? Ach, du kacke, Alter. Ist ja richtig gefährlich. Ah, schade. Die vielleicht? Nein, nein. Ach, bitte. Was? Oh, Alter. Was ist das denn? Das ist scheiße. Ja, fliegt wieder 30 Meter tief. Okay, aber hier ist keine Sicht von Baus aus U-Boot. Äh. Wir gehen mal hier. Hier durch dieses riesige Loch. Vielleicht finden wir da vielleicht finden wir da ja irgendwas. Hier zeigt uns zumindest ein Pfeil an, dass wir nach oben sollen. Also vielleicht finden wir das, was wir brauchen. Alter, ich hab keine Ahnung, wo wir hier sind, ne? Äh, wo ich hier bin. Lull. Okay. Okay. What? Ah, da ist Baus aus U-Boot. Geil. Die Frage ist bloß, wie ich, wie ich das jetzt wegbekomme. Hier kann man doch bestimmt hoch. Hier kann man doch bestimmt hoch. Oder? Nö. Brrr. Warte mal, hier ist ein Button. Oh fuck. Okay. 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 Hier geht's los. What? Das war doch jetzt nicht die Mission, oder? Ach so. Ich hab da Entferne gelesen. Da stand Entere. Was? Als ob. Oh. Was? Okay. Ach du Kacke. Alter, was ist das? Was? Nein. Bitte. Oh nein. 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 Du kleine Fotze. Du kleine Peach. Du Peach. Du bist so eine... Ja. Geh verreckt, du Fotze. Das hast du dir so verdient, Alter. Ich hab keinen Bock mehr. Warum mach ich das? Mann. Warum mach ich das? Ah. Ist auch mal gut gegangen. Ach du Scheiße, was ist das denn? Was ist das denn? Oh mein Gott, ey. Oh mein Goodness. Was ist das denn, Alter? Das sieht... Alles hier ziemlich... ...gefährlich aus. Alter. Okay, ich muss jetzt zu dem Bulli. Oh, du Fotze. Okay, die will Beef. Die Peach will Beef, Alter. Aber die Peach will sowas von Beef. Ja komm. Glitsch dich hier weg, Alter. Nein. Nein. Oh. Ach du Kacke. So. Was? Was? Zum Fick? Was war das denn? Was war das? Was? Habt ihr das gesehen? Was war das denn für eine Peach? Na komm. Hol dir die letzte. Digga. Was eine Peach. Oh nein. Nein. Ach komm, ey. Das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Gar kein Bock mehr auf die Peach. Ja. So, und jetzt? Das stand leider nicht da, was jetzt die Mission ist. Aber ich glaube, also ich vermute, ich muss ans Ende. Gute Vermutung, Max. Alter. Der Part ist eigentlich schon wieder viel zu lang. Ich wollte ihn gar nicht so lang halten, ne? Ach. Fuck it. Oh nein. Ach komm. Ey, tu es mir nicht an. Tu es mir nicht an. Verpiss dich. Verpiss dich. Haut ab, ihr Fotzen. Verpiss dich einfach. Verpiss dich. Was? Oh. Auf. Nein. Nein, du Scheiß. Fotze. Tschüss. Verpiss dich. Ach du fuck. Was? What the fuck? Wollte ich sagen. Ach du Scheiße. Bitte lass dir einen One-Up drin sein. Bitte. Warum fliegst du nach oben? Willst du mich trollen? Na, Mario will mich trollen, oder? Nein. Weißt du? Ich mach's so, ne? Ich mach's so. Was macht der? Der geht nach hinten. Was ist das denn für eine Peach? Du kleine Peach, Alter. Du Fotze. Mann, ey. Du dumme Fotze, Alter. Oh, du alter, ey. Du dumme, verfickte Hure, Alter. Was kannst du eigentlich? Sterne sammeln. Ne, aber no joke, ey. Was bist denn du für eine Peach? Ich war gerade so voll in meinem Run drin. Und dann mach ich so. So mach ich. Und er macht so. Und fliegt runter. Ich glaub dazu muss ich nicht mehr sagen, oder? Lasst dafür einen Daumen nach oben da. Oder lasst allgemein einen Daumen nach oben da. Sofern es euch gefallen hat. Gebt ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Aktiviert die Glocke, damit ihr das Video mit als erstes seht. Schreibt in die Kommentare, wie ihr dieses Video fandet. Gibt Feedback ab. Zu meinen Skills. Nein, bitte nicht. Man sieht sich beim nächsten Mal. Also, dann. Bei einem Video am Samstag, sofern ihr da einschaltet. Haut rein. Man sieht oder hört sich. Und, ciao. Mach dir auch die Fresse zu, Alter. Du wässest dich müde, wärst du da jetzt nicht runtergeflogen, du Peach. Geolst da. Du wirst dich werben. Man wie ihn sein. Du wirst du auch. Ja, du wirst dich with Estáb not Erde. I will nicht. Ich weiß ja wie 믿 da ich. raise dir auch nicht. Du wirst du hast ja Virginia. Aber eigentlich solltetig wurde. ig bei unseren Schluss celui einer.